Jo Leute, herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town. Heute mit Dalu, Shigo, Fizz, Kundran, Maxi, Nils und Grans. Anfangs-Gag. Anfangs-Gag. Hallo. Nicht das Licht ausmachen auf der Web. Nein. Wir haben Angst. Alter, Shigo eskaliert. Stuhl auf dem Kopf. Dreck Shigo, ey. Das war überhaupt gar kein Schmerz. Wo denn? Und ne Küche, ey. Mach mir, au, au. Das war Shigo. Outer. Au, du bist ja ein Sausag. Ich dachte, er schießt ja aufeinander. Nein. Hauptsache Nils kommt rein und schießt erstmal voll auf mich, ey. Nils hat dich so jung erschossen. Das war ich nicht. Du hast gesehen. McFly ist schon. Melone. Raider, ey. Soll mich dann abschießen. Oh, Nils hat jemanden mit dem Drop gemacht. Das warst du. Das ist ne absolute Drain. Das ist einer von euch beiden, was auf jeden Fall. Weg. Ja. Einer von euch. Einer von uns. Wo, der letzte Grants on McFly. Nice. Alle in der Küche gestorben. Die Küche des Todes, ey. Mord in der Küche. Dafür gibt es acht Punkte. Was ist das so unlangbar, das Spiel, ey. Alle in der Küche gestorben. War der Grants in der Küche mit dem Stuhl. Das war postmortal. Also gibt es nur acht Punkte. Das war lecker. Lecker. Der Stuhl war lecker. Ja. Ja. Es ist gerne Stuhl. Wo ist Juli, wenn man es immer braucht? Juli ist nicht da. Einer muss sie bisher machen. Ja, ich glaube auch. Es ist, äh, gehört zum, zum, äh, äh, Skript. Er hat zum 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 Skript. Aber wer hat denn jetzt tatsächlich denjenigen erschlagen? War ich das wirklich? Ich oder Nils? Du hast Shigo getötet. Du hast Shigo getötet. Du hast Shigo getötet. Gerenz. Gerenz. Gerenz mit dem Stuhl. Nein, mit meiner Melone. Gerenz hat seine Melone ausgepackt. Gerenz. Gerenz. Gerenz sich erkannt. Gerenz. Gerenz. Alter, es muss Maru sein. Oh Gott. Maru. Ja, aber ich dachte, das wurde vergiftet. Dab um Rang rechts, Nils. Damit bin ich safe. Warum wurde ich eingeschossen? Das war voll gemeint. Er hat den Torang. Er ist wiedergekommen. Der Eskelit hier. Flünscht ihn. Nils ist wieder da. Das heißt, das ist Maxi der Andere. Und Maxi. Der kommt auch wieder. Just a prank, Maxi. Achso, deswegen hat Nils das gemacht. Da unten in einer Küche. Ränder. Rein da. Mach auf. Lass mich vor. Deswegen hat Nils geschossen. Oh, Boomerang. Wurde halt getestet. Wieso kann ich den nicht aufsammeln? Doch. Oh, mit der Taste am Alter. Hey, ohne Schießen. Hey, hey. Das war Darnis. Ja. Gib dir gleich. Da läuft jetzt allein in Urlaub. Melone. 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 Gaben. Seid ihr alle so melonfiziert? Banane. Banane. Melone. Melone. Chico natürlich bei mir. Bordst du? Bananen. Wir stehen halt auf, Melonen. Ich war in der Küche, Entschuldigung. Melonen und Bananen. Ich hab keine Affe gekriegt. Und mein Tyrael ist umgefallen. Was soll das? Dein Tyrael? Ja. Diese. Dein Engel. Alter, wer hat die ganzen Melonen kaputt gemacht? Ich war's. Hab nur gesagt. Banane in dein Gesicht. Banane. Ohoho. Da freut sich Nils. Wer war der andere? Hier war keiner sonst. Doch, da hinten ist Nils. Nein. Hier war keiner sonst. Hä, wieso bin ich so lang? Achso, okay. Oh nein. Das war ein Mordanschlag von Grans. Ja, Mordanschlag von Grans. Du hast auf mich geschossen. Ich hab auf den Stuhl geschossen. Der gehört zu mir. Der ist hier bei dir fest. Boah. Der da ist. Hallo? Darf ich einmal auf Kunran schießen, Nils? Achso, gut. Nein. Oh. Hallo? Oh. Das waren zweimal. Nein, einmal hab ich ja nicht getroffen. Zwei Hilsen, aber du wolltest, du hast zweimal geschossen. Zweimal, zweimal wurde geschossen. War nicht die Rede von Treffen. Genau. Ich geh in den Pimmelraum. Aha, Maxi. McFly, sicher. Hat auf mich gesnipert. Boah, was ist das denn? Bin fast tot. Hils? Der hat geschossen. Der war war. Entschuld. Moment, jetzt hat Kunran geschossen. Da muss er sein. Das würde Kunran nie so machen. Kunran hat geschossen, Nils. Kunran würde nie einen Random Kill machen. Ich habe ja auch keinen getroffen. Du wolltest, aber. Ich hätte gedacht, dass McFly jetzt auf Grants geschossen hätte. Hat er ja auch, aber er hat mich nicht getroffen. Dann hat er vielleicht was gesehen. Entschuldigung. Ah ja, Dali schießt mit der Shotgun auf Fisk. Ich wollte die Waffe auf die Pistole wechseln, dann habe ich gemerkt, ich habe keine. Dann hat er geschossen. Ja, genau. Dann wechseln wir noch auf die Crowbar. Nicht, wenn du auf die Tast 2 drückst. Hinter mir. Das ist ja. Schigo. Schigo ist es. Und Kunran. Und Kunran. Doch geschossen. Hab ich. Gehabt. Geschossen gehabt. Das war nicht schießen ein Schauschlag-Argument. Das ist neu. Seit die verschärften Sicherheitsregeln. Ach so. Entschuldige, du schießt da den Gang runter, wo gerade einer reingelaufen ist, ohne was zu sagen und der andere kommentiert das mit, der schießt auf mich. Natürlich nehme ich gar nicht so auf ihn geschossen, das verdammt. Das ist nochmal gute Polizeiarbeit von Nils. Weißt du, da werden die Bürger noch ernst genommen. Einmal die AGBs gelesen, weißt du? Nice, danke Leute. Ich habe mich gewohnt geholt. Keine Waffen mehr erlaubt. Hier reingegst am Waffen hinlegen. Nur auf die Tür. Dann musst du auch leider seine Schwerter abgeben. Ja. Und sein Torgang. What? Kein Merch. Keine Burkas mehr. Übrigens, die schlechteste Aufnahme-Session überhaupt ist jetzt immer noch nicht einmal Traitor gewählt. Dalu ist es. Er ist es, alles klar. Wo ist er? Ich werfe eine Melone nach ihm. Okay, Fist und Dalu. Denke ich keine Pistolen? Die ist noch ganz nah scheiß. Sicherheitsvorkehrung. Hier ganz klar. Nichts geschafft, nichts geschafft, nichts geschafft. Den Kappt, du Opfer. Sicherheitsvorkehrung? Wir sind hier, wir sind anders. Kurz. Ich sage, sonst fresse ich alle Waffen hier in dem Raum. Ja, ja, komm. Hey! Lass! Der liegt es way way! Way way! Aber es hat noch einer auf mich geschossen. Ich habe auf Nils geschossen. Nein, Nils ist gehandkampft. Ich habe 81. Bestimmt, sie hier. Der hat auf dich geschossen. Nein. Aha. Ich stehe gleich auf Kunran, Leute. Ich werfe eine Melone auf ihn. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich wurde... Polizeigewalt. Man kann seine Maus eh nicht bewegen, wenn man kauft, Kunran. Willkürliche Polizeigewalt. Doch, kannst du auf Tastaturbein. Stimmt, das würde gehen. Lass mich durchfissen. Ach, nichts mehr? Was hast du denn alles? Erzähl mal. Okay, never mind. Ich habe es angekündigt. Schnell! Aber Nils, ich stand direkt vor dir, wie du mich verfehlt hast, keine Ahnung. Ja, ich hatte einen Leck. Ich weiß. Ich hätte euch eigentlich beide erwischen müssen, weil ihr gerade so schön beide vor mir wart. Aber ich hatte halt einen Ping von über 100, weil ich ja immer noch am Downloaden bin und mein Internet heute streitet. Ich bin am Downloaden. War ein hartes Wochenende ohne Chill. Ohne Chill? Ohne Chill? Ohne Jill? Kennst du den? Du bist doch mit Jill zusammen. Dill? Ohne Dill? Ohne Dill? Julie hat auch eine geile... Julie ist ja heute bei TTT nicht dabei. Die Begründung war, ich habe bis Dienstag Urlaub. Ich habe Urlaub. Ja, genau. Ich habe bis Dienstag Urlaub. Hallo, das ist hier ihr Job. Ja, wisst doch mal, wie das hier läuft. Das hätte Danu eigentlich auch wissen müssen. Der Urlaubsantrag lag doch auf dem Schreibtisch. Ganz gerne anfangen, die Leute mehr zu bezahlen. Dann kommen sie auch, wenn sie Urlaub haben. Ich habe bis Dienstag Urlaub. Guck mal auf den Arbeitsplan, ey. Oh, Alter, random Melone in den Gang. What? Die ist nicht wacker Puppet gegangen. McFly tues nicht. McFly tues nicht. Rund mal rüber hier. Ah, die kommt gleich. Oh, die ist ja mit zerschellt. Das ist schön. Das ist schön. Und mal einen Schuhkappen. An Nils starken Schultern. Da lacht dann. Dann hört man auch wieder nur dieses abgehackte Lachen. Weil du es nicht gepellt hast, um Push-Push aufzudrücken. Ja, absichtlich, damit du dich nicht verletzt fühlst. Oh, habe ich da Schaden gemacht? Frage, habe ich da Schaden gemacht? Das ist immer so ein bisschen mh. Borenes Interesse. Mh. Kala. Ey, geh weg. Läuft schon die ganze Zeit hinter dir her. Ja, ich weiß. Ich habe mir die Headcrap-Dinger angebracht. Au! Gleich eins aufs Maul. Ich glaube, das wird eine 5-Pick-Aufnahme. Ich glaube, das ist... Weil Dalu wird einfach nicht Traitor. Was hast du für eine Erklärung? Das ist ja Quatsch. Du hättest dich garantiert noch mal beschwert mittlerweile, dass du nicht Traitor geworden wärst. Dann wären schon einige Leute tot. Wenn du diese Runde nicht Traitor wärst. Ja. Fisk ist Traitor. Fisk ist Traitor. Und Kundran. Ja, Fisk hat Schied. Weil er das weiß. Er weiß das. Genau. Er sieht das ja. Fisk ist safe. Müssten Fisk und Schigo sein. Ich glaube, Kundran eher. Kann sein, dass wir zwei Fisk haben. Aber Moment, Kundran habe ich vergessen. Ein Fisk. Stimmt, ich habe Kundran vergessen. Aber Fisk auf jeden Fall Traitor. Oh! Er hat auf mich geschossen. Ja. Allerdings. Ey, da wurde geschossen. Ey, was macht ihr da? Bist du auf mich? Wie klappt mich? Da flog ein Speer von ihm. Ey, Kundran beobachtet mich. Ich nehme auch seine Taube, weil ich es kann. Und jetzt beende ich die Runde, indem ich jemanden blitze und dann, ich weiß nicht. Nein, werf auf Kundran. Ich gehe einfach so nah an, dass er nicht auf mich wirft. Ich habe einen Flopper, weil ich glaube nicht, dass Fisk eine Taube und eine Harpune hatte. Aber Kundran ist direkt hier reingegangen. Nein, nein, nein. Der Taube macht hier richtig dreist mit der Taube. Ich glaube nicht, dass Fisk einer hatte. Aber hat er nicht Fisk getötet? Doch, die lag gleich. Ja, ich habe Fisk getötet mit einer Shotgun. Ja, weil Nis hat schon manche andere komische Sachen gemacht. Oder Shigo. Nein, Kundran. Kundran und Shigo stellen sich nebeneinander und dann schmeißt du. Ey, nein. Es ist nur Kundran. Kundran, Shigo und McFly. So ist doch... McFly ist der Däne. Stell dich mal hier auf McFly. Aber nur, weil ich das will. Nicht, weil das Sinn hat. Los, Kundran und Shigo, jetzt kuschelt. Es ist Kundran. Nein. Friendship Beam. Dad, dann muss es nicht... Es ist nicht Shigo gewesen, auf jeden Fall die Rante. Ja, und Kundran hat sich hier eingesperrt. Die eine Tür hat nicht zu, ist genau auch nicht. Hey. Der kommt wieder. Nicht schlimm, hier unten macht man nix. Bewerft ihn mit seinem eigenen Friendship Beam. Mach die nieder. Wieso hast du die Runde so spät erst zu Ende gesagt? Weil ich McFly respawn musste. Achso. Konnten wir nicht beenden vorher ohne ihn. Geht nicht. War noch die beiden einzigen, die irgendwie ganz in den Räumen da hinten waren. Hab ich direkt richtig gecallt, ey. Kundran und Shigo. Ich hab Kundran gesagt. Alrus hat mich auch gecallt, alter. Grants hat alle gecallt. Ich hab Grants gesagt. Genau, manche nennen sie auch das Grants. Ich hatte Hunger. Hey. Komm. Grüß'n die Schrott gern. Einer ist in meinem Raum hier ganz hinten. Die nehm ich. Dann war ich in der Küche gleich. Danke dafür, Rainer. Danke dafür, Rainer. Danke dafür, Gute. Grants hat sich nicht beschwert. Dalu hat sich nicht beschwert, dass er nicht Traitor ist. Und das heißt, Dalu. Sag sowas. Ich glaube auch. Passe. Glitz, Nils und Grants. Das ist unfair. Du darfst nicht reden, Stämme. Ich hab Grants. Du darfst nicht reden. Du darfst nicht reden. Das war's sogar. Oh. Jetzt ist hier hochgegangen. Grants ist in der Küche. Hä? Grants. Also, die Leichtung von Grants ist in der Küche gewesen. Ja gut, das ist Dalu safe, dann ist Fisch schon tot und Jigo und Kun dran, ne? Ähm. Hey! Völlig legitim. Alles richtig gemacht. Tschau, Leute. Tschüss. Tschüss.